Momentan rennt halt hier der Cobblestone durch und da wird halt zu Sand, naja mein Gott. Bevor man dann wieder in rauen Mengen Sand abbauen muss, da habe ich sowieso keinen Bock drauf. Wir wollen, dass ihr uns vertraut. Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt. Wir wollen eure Pickaxe sehen. Wir wollen den Lava untergehen. So. Und wieder steckt Eisen im Input bei der Maschine. Also das hatte ich jetzt schon eine Weile nicht mehr. Also bei mir macht ihr das fast bei jedem Ding. Okay. Ich habe allerdings auch noch nicht so viel jetzt automatisiert, muss ich sagen. Das geht jetzt eigentlich gerade erst los. Also gerade Alois Melter. Ja, wobei, ne, ne, eigentlich jage ich schon alles einfach durch. Also ich habe jetzt seit mit Infinity nicht einmal bis jetzt, dass da was drin gesteckt war. Aber ich hatte bis jetzt auch die anderen Pipes. Vielleicht machen die Pipes jetzt auch irgendwas anders. Hier hat er die Cobblestone-Pipe und Wooden-Pipe. Ja. Bis, bis vor. Ja, bis vorhin. Und dann haben wir schon den nächsten Raum wieder. Mal überlegen, was da reinkommt. Ich würde auch gerne mal das Bett irgendwie umbauen. Dass das mal. Weil Platz habe ich in dem Baum eigentlich echt genug. Da kann ich echt so richtig... Richtig schönes, großes Schlafzimmer. Keine Ahnung. Mit einem Kühlschrank mit einem kalten Bier drin. Das ist alle bei mir. Ne, das ist schlecht. Aber noch irgendwie schade, ne? Ich habe ein bisschen... Ich hatte heute so einen Cola-Weizen. Das trinkt sich nicht so schnell irgendwie, weil es so babb süß ist. So. Ich gehe durch. Ich gehe durch. Na gar nicht. So. Da geht's ja viel. So. Das ist ja richtig schönes, der Baum hier innen drin nicht. Der hat überall so. stellen die eigentlich nicht passen was mache ich mit diamond ohr was diamond ohr ja die brenn ich dann krieg ich diamond ohr was brennst du diese neta diamond ohr die habe ich jetzt gebrannt und habe diamond ohr rausgebracht und die kannst du mit einer glücksspitz hacke oder ich schmelze sie und auch ihr mann da kannst du auch einfach durch aber ich habe ja glück auf meinem ding und das ist ja eben mit glück ja ich habe auch ein mehr rausgekriegt ich habe sechs daraus aus zwei stück und wieder zwölf diamant also mit diesen mit der streit axt aber generell mit der axt mit der kann man hier echt wesentlich schöner die sachen ausheben ok gefällt dir ja ja also ich sag mal gerade für große flächen weiß man jetzt hier das nicht massiv an die decke das ist echt angenehm man muss halt ein bisschen aufpassen wo man ansetzt aber ist der raum eigentlich auch schon fast bezugsfertig oh mein gott ich krieg hier so viel holz raus das ist sogar so eine koppen dass hier runter gehen Und dadurch, dass es jetzt so versteckt ist, das ist natürlich auch nicht immer wieder aufgraben. Und jetzt habe ich gerade gerade keine Axt mehr. Das kann man machen. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Da bin ich wieder, guten Tag. So. Okay, da kommt immer ein Cobblestone rein. Der legt den da nach. Naja, gut, müssen wir mal gucken. Sand. Ich tu ihn mal hier. Ja. Ja, ich gehe mal nach unten aus Versehen, anstatt nach unten. 44 Stacks Sand. Geht. Ja gut, aber wenn man da mal ein bisschen was hat, dann kann man ja wirklich umleiten wieder. Momentan rennt da hier der Cobblestone durch und da wird halt zu Sand. Naja, mein Gott. Bevor man dann wieder in rauen Mengen Sand abbauen muss, da habe ich sowieso keinen Bock drauf. Dann ist das ja gar nicht so verkehrt. Kann man jetzt hier noch drinnen. Ich glaube, das hatten wir auch. Ja. Ich habe schon wieder Hunger. Das ging jetzt aber schnell. Ja. Das ging jetzt aber schnell. irgendwie komisch zu sehen, wer wirklich gerade online ist. Da war er gar nicht. Ne, erlaubt laut dem Dings, laut dem Twitch-Bot. Du kannst ja mal, äh, schreib doch mal. Also hier Battlefield, die Junge, ähm, ist theoretisch hier. Da. Hm. Keine Ahnung. Das ist vielleicht so wie du wie du. Und du bist ja auch irgendwie dann eigentlich irgendwie drinnen, aber verschwindest dann aus der Liste. Ja. Auch komisch. So. Da kommt natürlich immer was nach. Das heißt, er kann dieses ganze Zeug wegen Cobblestone gar nicht. Hm. Vielleicht sollte ich wirklich mal Cobblestone jetzt Richtung Mülltonne. Dass ich die Mülltonne irgendwie da auch noch mit anschließ. Das kann ich natürlich machen hier rüber. Mülltonne. Und dann mit dem Filter Cobblestone weg. Und da haben wir jetzt eigentlich erstmal genug. Und wenn nicht, ist das ja schnell wieder umgebaut. Theoretisch. Oder du bist ja auch dafür, ne? Cobblestone. Und die Mülltonne. So, ich hab diese Dinge neu. Ja, wie gesagt, das ist dann ja ein Klick, dann läuft es sicher ganz noch. Ja, eben. Jetzt muss ich nur schauen, wo ich die... Das sind die Prices. Aber ich müsste eigentlich auf jeden Fall noch welche von diesen... Ach Quatsch, ne. Die hatte ich, glaub ich... Ach, die hatte ich auch unten rein in die... Servofilter habe ich keinen mehr. Hmhmhmhm. Das ist natürlich doof. Gibt es viel, was man wegwerfen will? Eigentlich schon, ne? Dann wäre es eigentlich fast gut... Ach... ...wieder so einen Reinforced Filter zu machen, ne? Ich weiß es nicht. Also ich stell mir eigentlich am liebsten am Ende von der ganzen Kette eine Kiste hin. Große. Und die ganze Gerütze, die ich dann noch nicht habe, geht dann erstmal da rein. Naja, ja. Und wenn sie cool ist, dann gibt es eben Better Barrel noch dazu. Und ansonsten geht es halt in die Tonne. So. Ach Mist. Aaaaah. Aaaaah. Das ist jetzt echt... Das ist echt bescheuert. Das muss ich da echt so beeilen. So. So. Koppa? Wieso Koppa? Ah ne. Koppa? Wieso Koppa? Ich hatte doch da gar nichts drin. Aluminium. So. Ja. Das muss ich nochmal rum. Also ich müsste jetzt echt nochmal so ein... Nochmal ein Segment und nochmal ein Alois Melter, glaube ich. Ja, ohne Scheiß. Das wäre gar nicht so blöd. Dann vielleicht hier hinten. Ja, genau so mache ich das. Komm, da schau mal jetzt mal. Das war ja nicht so wild, glaube ich. Da geht halt ein Stromkabel noch hoch. Flint, Iron. Ja, von dem Dinger haben wir doch auch noch irgendwelche. Ja, servus PascalFreak99. Danke für dein Follow. So. Okay. Jetzt machen wir hier noch das Ding. Das kriegen wir auch hin. Gold. Ach, da kann man Gold Kranz auch verwenden, um die Basic Capacitor herzustellen. Das ist ja cool. Genau. Die sind inzwischen... Die kann es doch jetzt einschmelzen, Tinkers. Die zählen. Ah, okay. Das ist auch neu. Okay. Das ist das Infinity Mod Deck. Pascal fragt grad. Im Endeffekt mit so ziemlich allem drin. Das hat es den Michi irgendwie angetan. Ähm. So, lass mal mit den anderen. Ach, Quatsch. So, zack, zack. Wobei, da kann man ja auch gleich zwei machen, ne? 2, 2, 1, 2, 1, 2. Kupfer. Ja, das ist hier halt wirklich noch eine Rennerei. So. So. Jetzt hat man zweimal jetzt dann. Also, ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das auch recht gut. Das Not Pack. Ähm. So. Also, es steht eigentlich alles drin, was wir so... So. 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 Piston. So. So. Piston. So. So. wenn man zwei ist dann braucht man doch auch irgendwie macht das fehlt jetzt mal auf lind weiß ich gar nicht ob jetzt hier oben flint angekommen ist wahrscheinlich nicht wenn wir überhaupt welche haben dann dürfte der hier drin sein da ist keiner mehr drin ist das heißt wir müssten hier mal gravel mal jetzt ist auch gerade gravel ich weiß jetzt nicht wie viel ich brauche ich hier mal lieber